Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch das Buch Montessori für die ganze Familie aus dem DK Verlag näher zeigen. Das Buch hat 192 Seiten, kostet 16,95 Euro und wird für alle, die sich für die Montessori Bewegung einfach interessieren oder Erziehung empfohlen, von mir aus zumindest, weil ich das Buch echt klasse finde. Hier zunächst mal eine kleine Übersicht über die einzelnen Kapitel, was ist Montessori überhaupt, zu Hause im Alltag und das Familienleben allgemein. So, also zunächst mal wird überhaupt erklärt, was man unter dem Begriff Montessori versteht. Hier ein schönes Zitat, aber ich nehme dieses tatsächlich, dieses etwas längere, weil ich finde, das erklärt für alle, die noch nicht viel mit Montessori vielleicht zu tun hatten, wirklich sehr schön, worum es eigentlich geht. Die Montessori-Denkweise ist sehr umfassend, im Grunde aber das Bemühen, eine Kultur zu schaffen, in der Menschen jeden Alters friedlich und sich gegenseitig unterstützen, kooperieren. Das widerspricht intuitiv dem vertrauten, autoritären Ansatz mit Kontrolle von oben nach unten, Belohnen und Bestrafen und externe Beurteilung von Leistung. Montessori fördert die Gewohnheit, nach Exzellenz zu streben und Aufgaben bestmöglich auszuführen, setzt aber darauf, dass die Kinder Werte, Arbeitsgewohnheiten, soziale Fähigkeiten, Denken und Problemlösungen zur Erreichung von Zielen verinnerlichen. Das ermöglicht ihnen, ihre eigene Stimme zu finden oder wieder zu entdecken, möglichst Konfliktarm mit anderen zusammenzuarbeiten, ihre Gefühle zu erkennen, selbstbewusst zu sein und anderen mit Respekt zu begegnen. Dank dieser Haltung empfinden viele Montessori-Kinder zu Hause, in der Schule und später am Arbeitsplatz große Zufriedenheit und Verbundenheit mit anderen. Und das ist im Prinzip ja wirklich das, worum es geht. Ich finde das wirklich sehr, sehr schön gleich zum Einstieg erklärt, was Montessori eigentlich ja uns mit sich bringt einfach. Genau. Und toll finde ich auch diese Seite, auf der man die elf Montessori-Prinzipien kompakt nachlesen kann. Zum Beispiel Eigenständigkeit fördern, Anmut und Manieren und so weiter. Also recht kompakt und sehr schön auf einen Blick. Genau. Hier ist wohl eines der wichtigsten Aspekte in der Montessori-Erziehung und zwar die Welt mit den Augen der Kinder zu sehen. Das ist so das, was das Geheimnis vielleicht an dem Ganzen. Dann bekommt man sehr viele tolle Tipps in Bezug auf den Alltag. Hier zum Beispiel das gemeinsame Beseitigen eines Missgeschicks, um dem Kind wertvolle Gelegenheit zum Lernen zu bieten und selbst nicht in Stress zu verfallen, sondern etwas Positives aus der Situation zu machen. Hier ist auch sehr schön, finde ich, was passiert, wenn es eben nicht zu Hause, sondern bei einem Familientreffen ist. Und hier wird gesagt, ein Elternteil könnte natürlich verärgert sagen, wie ungeschickt, gib doch acht, geh beiseite, ich wische das auf. Und das Kind fühlt sich dadurch eben beschämt und bloßgestellt. Und alternativ schlägt man eben hier vor, ruhig zu reagieren und zu sagen, es tut mir leid, dass das passiert ist. Wir wischen es auf, wenn du ein Handtuch holst, machen wir gemeinsam sauber. Und diese Reaktion lehrt das Kind Verantwortung sowie eine neue Fähigkeit und demonstriert Anmut und Höflichkeit. Finde ich sehr, sehr schön. Einfach mal so als Ideengebung auch. In diesem Kapitel kann man je nach Alter und den jeweiligen Interessen das Kinderzimmer auch passend einrichten. Gibt es viele schöne Tipps, wenn man das machen möchte. Dann gibt es Kapitel zum Thema Anziehen oder auch Mahlzeiten einnehmen, sind auch sehr hilfreich, weil sie zeigen, was Kinder eigentlich bereits alles könnten, wenn wir sie einfach mal machen lassen und sie durch Fehler lernen können. Ja, sehr gut, hat mir auch gefallen die folgenden Empfehlungen, die das Gehirn des Kindes anregen. Beispielsweise hier ein sehr schönes und so simples, einfaches Gedächtnistrainingsspiel. Man gibt einfach einem Dreijährigen zum Beispiel drei oder vier Sachen. Man zeigt es ihm und das Kind schließt die Augen. Sie nehmen wieder einen Zweck und es öffnet die Augen wieder und sagt, was fehlt. Größeren Kindern können Gedächtnis und Konzentration mit Bildparkarten üben. Sie können ihrem Kind auch einen Filmausschnitt vorspielen und fragen, an welche Details er sich erinnert. Also so einfache, schöne Ideen, um eben spielerisch das Kind zu fördern. Und auch sehr schön und wichtig sind die Traditionen in der Montessori-Erziehung. Und es gibt zahlreiche schöne Ideen, um welche zu schaffen, falls ihr noch ein paar braucht. Zum Beispiel hier Freundlichkeitskranz oder dieses Dankeschild in der Küche aufzuhängen, weil das einen Ort schafft, wo man sich eben bedankt. Finde ich auch super, super schön. Das Buch bietet unglaublich viele tolle Ideen, wie man die Montessori-Erziehung in den Alltag einpflegen kann. Mal mehr und mal weniger. Jedem, wie es beliebt natürlich. Ich habe mir einige tolle Tipps hier angeschaut und kann jedem, der sich für diese Art der Erziehung interessiert, wirklich das Buch wärmstens empfehlen. Falls ihr euch allgemein zu Maria Montessori, der Erschafferin der Montessori-Bewegung sozusagen interessiert, habe ich auch ein ganzes Buch mal vorgestellt. Ich habe sehr viele Spiel- bzw. Beschäftigungsideen in meinen Playlists. Schaut das sehr gern rein. Auch viele Tipps zu Montessori-Spielsachen, auch welchen, die man selber machen kann. Also guckt euch sehr, sehr gerne mal um. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schaut auch gerne meine weiteren Videos an. Macht's gut! Dann geht's! Dann geht's! Dann geht's! Untertitelung des ZDF, 2020